Familienzusammenkunft bei den Carpendales Was für eine fröhliche Promi-Patchwork-Familie Wayne Carpendale, 44, postet auf Instagram ein entzückendes Familienfoto aus dem Hause Carpendale Ganze drei Generationen vereinen sich im Bild Was für ein Familienglück Ganze drei Generationen sind in einem Bild vereint und strahlen um die Wette Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale gewährt seinen Fans gerne Einblicke in seinen Familienalltag Doch meistens bekommen sie nur Söhnchen Metz, 3, und Ehefrau Annemarie, 43, zu Gesicht Nun strahlen gleich mehrere Generationen für seine Instagram-Fans in die Kamera Mit den Worten ein halbes Dutzend Carpendales Für jeden was dabei postete er ein Bild mit Vater Haut Carpendale, 75 Seine amerikanischen Stiefmutter Donnice Pierse, 61, Mama Claudia Herzfeld und natürlich Frau Annemarie und Sohnemann Metz Die Sippschaft scheint die Sommerpause in einem Golfclub zu genießen Was für ein Familienglück Echte Hautfans In den Kommentaren fällt direkt auf, dass viele Follower nicht nur Fans von Wayne sind, sondern insbesondere Vater Haut Carpendale bewundern und feiern Kommentare wie Ich mag euch alle Aber deinen Vater, sorry, den find ich super, bin ein großer Fan von deinem Papa Natürlich auch von dir und deiner Familie oder Ich nehme deinen Papa zeigen ganz eindeutig Da sind einige Schlagerfans unter den Followern Na, bei so einer Ikone seit den 70ern und 80ern ist das auch kein Wunder Na, bei so einer kaden Na, bei so einer